Herzlich Willkommen zum X-Tipp Spieltagstippen. Neben mir steht Matthias Ribaud von Barmbeck Uhlenhorst und wir tippen heute den dritten Spieltag der Oberliga für euch. Los geht die Partie bzw. der Spieltag mit Kurslack Neungamme gegen Süderelbe. Was ist dein Tipp? Kurslack Neungamme gegen Süderelbe, Kurslack zu Hause, denke ich, wird so wie wir heute 3 zu 0 gewinnen. Weiter geht es mit Condor gegen Viktoria. Da drücke ich meinen Kollegen von Viktoria die Daumen, auch wenn ein guter Kumpel von mir Raffi Kamerloff bei Condor spielt. Aber ich denke, da wird Viktoria 2 zu 1 bei Condor gewinnen. Weiter geht es mit Buxtehude gegen Rugenbergen. Das ist ein klassisches 1 zu 1 Spiel, vielleicht sogar 0 zu 0. Weiter geht es mit Altona 93, eurem heutigen Gegner, gegen Tuss Ostdorf. Ja, man spricht immer so schön von so einer Reaktion, vielleicht zeigt Altona die da. Also ich denke, dass Altona stärker einzuschätzen ist und wird zu Hause auf der AJK 2 zu 0 gewinnen. Hast du irgendjemanden im Kopf, der da ein Tor schießen könnte? Ich hoffe mal auf meinen Kumpel Dennis Thiessen. Weiter geht der Spieltag mit VfL Pinneberg gegen Kosova. Da wird Pinneberg zu Hause 1 zu 0 gewinnen. Weiter geht es mit Buchholz gegen Dassendorf. 0 zu 2. Dann geht der Spieltag weiter mit Wedel gegen BU. In Wedel, da gewinnen wir genauso wie heute, wieder 3 zu 0. Es läuft einfach dann. Wer schießt da die Tore? Ich denke, zweimal Klausen, einmal Ribot. Und weiter geht es mit Türki gegen Halstenbeck-Rellingen. Türki hat sich gegen uns stark gezeigt, kommt darauf an, auf was für einem Untergrund sie spielen. Wenn sie nochmal auf Granz spielen, gewinnen sie wieder hoch, aber ich hoffe mal, sie spielen auf Rasen und gewinnen dann 2 zu 1. Und dann die letzte Paarung des Spieltags, Concordia gegen Nienendorf. Da wird Nienendorf überraschend 2 zu 1 gewinnen. Das war der ixtipp Spieltagstipp. Das war der ixtippen 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 Spieltagstipp. Untertitelung des ZDF, 2020